Nach den Isomatten kommen die Schlafsäcke. Es hilft ja nix, von der Isomatte allein ist ja noch keinem warm geworden. Deshalb erkläre ich euch heute, wie ihr den passenden Schlafsack für euch findet und welche Unterschiede es so gibt. Los geht's! Die Schlafsäcke. Ein großes Thema, das sich aber zum Glück recht übersichtlich gestalten lässt. Fangen wir deshalb sofort an mit der großen Frage, wie warm sollte ein Schlafsack eigentlich sein? Und wenn ihr diesen Kanal kennt, dann kennt ihr auch die Lieblingsantwort, das kommt darauf an. Aber versuchen wir das etwas konkreter zu machen. Grundsätzlich ist es so, dass die Außenlufttemperatur bei Nacht für die Wahl des Schlafsacks entscheidend ist. Die Höchstwerte einer Wettervorhersage sind für die Wahl des Schlafsacks also komplett egal. Spannend sind die erwarteten Tiefstwerte. Wenn eure Reise noch weit weg liegt, lohnt es sich die Wetterdaten der gleichen Zeit im Vorjahr zu checken, so dass ihr zumindest einen guten Anhaltspunkt habt. Werden also für die Nacht auf der Schlafhöhe 0 Grad prognostiziert, sind 0 Grad euer Richtwert. Aber schaut man sich dann Schlafsäcke an, wird man schnell merken, da steht nicht nur eine Temperatur drauf, sondern 3, manchmal sogar 4. Und hier kommen wir zu den Normwerten, die Schlafsäcke so mitbringen können. Komfort, Limit und Extremtemperatur. Denn diese Angaben müssen bei einem Schlafsack durch die EN 13537, lautend Anforderungen an Schlafsäcke, getestet werden. Bei diesem Test wird der Normmann und die Normfrau in einen Schlafsack gesteckt. Also besser gesagt eine Normpuppe. Diese Puppe wird dann mit dem Schlafsack in eine Klimakammer gesteckt und dann wird mittels Sensoren geschaut, welche Temperaturen der Schlafsack im Inneren hergibt, während die Außentemperatur X vorherrscht. Und von diesen Sensoren werden nun drei Punkte abgeleitet. Erster Punkt ist der sogenannte T-Kompf, bedeutet die Temperatur, bei der die Normfrau gerade eben nicht friert, also quasi gemütlich schläft. Dieser Wert wird dann als Komforttemperatur angegeben. Dann gibt es den zweiten Punkt, T-Lim. Nein, das hat nichts mit dem Limes zu tun, liebe Mathematiker, sondern mit der Limit-Temperatur. Die Limit-Temperatur beschreibt die Temperatur, bei der der Normmann gerade so noch nicht friert. Angegeben wird dieser Punkt letztlich eben als Limit-Temperatur. Zu guter Letzt gibt es dann noch den T-Ext-Wert. Dieser Wert beschreibt die Temperatur, die man noch überlebt. Dass der Körper hier auskühlt, ist unvermeidbar. Jedoch ist das Risiko einer akuten Hypothermie relativ gering. Dieser Wert wird als Extremtemperatur angegeben. Meistens liegt der Extremwert sehr deutlich unter dem Limit- und Komfortwert. Trotzdem soll das nicht heißen, dass man die große Temperaturlücke dazwischen ausnutzen sollte. In der Praxis heißen diese Testwerte zum Beispiel Komfortbereich 3 Grad, Limitbereich minus 3 Grad, Extrembereich minus 19 Grad. Diese Angaben hat der Hersteller auch zu jedem Schlafsack bereitzustellen. Jetzt gibt es aber ein großes Problem. Bist du eine Normfrau oder bist du ein Normmann? Ich persönlich weiß für mich nur, dass ich keine Normfrau bin. Aber ein Normmann, was 70 Kilogramm und 1,73 groß entspricht, sind auch nicht viele Menschen. Deshalb wird es nun mit den Temperaturangaben etwas chaotisch. Denn diese Werte sind für die Testumgebung zwar vollkommen richtig, können aber für dich vollkommener Müll sein. Denn es kommt schlichtweg auf deine eigene Kälteempfindlichkeit an und die ist von vielen Faktoren abhängig. Beispielsweise ob du eine Frau oder ein Mann bist, ob du viele Muskeln hast oder wenig, ob du dick bist oder dünn, ob du alt bist oder jung und so weiter. Die meisten von uns wissen ungefähr, ob sie gegenüber Kälteempfindlicher sind als andere. Wenn man im Büro der einzige ist, der im Pullover herumläuft, hat sich das in der Regel auch sehr schnell geklärt. Und wenn man herausgefunden hat, dass man sehr Kälteempfindlich ist, ist eines ganz klar. Die Komfortangabe des Schlafsacks ist definitiv nicht die gemütliche Schlaftemperatur, sondern eben nur eine Temperatur, bei der es sich aushalten lässt, aber eher nicht sehr gut erholen. Womit folgt, es braucht einen wärmeren Schlafsack. Einen Schlafsack mit einer höheren Komforttemperatur. Wichtig zu wissen ist aber jedenfalls, die Testergebnisse, die letztlich in den Beschreibungen angegeben werden, beschreiben eine Person mit Unterwäsche im Schlafsack. Wer also dicke Kleidung nochmal drüber zieht, hat hier in der Regel auch etwas mehr Spielraum. Womit wir gleich zum nächsten Punkt kommen. Gewicht und Packmaß. Denn Wärmeleistung braucht nun mal Platz. Da scheiß ich auf die scheiß Glasfaser, scheiß ich drauf. Ich brauche Platz. Und will auch getragen werden. Trotzdem ist, friere ich eben, keine Alternative, so dass dann eben ein stärkerer Rücken und ein größerer Rucksack vonnöten ist. Aber leider kann ich euch nicht mal hier eine pauschal gültige Ansage machen, wie schwer oder groß ein Schlafsack mit den Werten XY ist. Weil wir müssen beim Schlafsack unterscheiden zwischen den Materialien, die verwendet werden. Da gibt es zwei Lösungen, auf die in der Industrie zurückgegriffen wird. Kunstfaser und Daunen. Zu den Details, die man dazu kennen muss, gibt es hier oben rechts ein hilfreiches Video. Generell ist es so, Daunenschlafsäcke sind leichter und kleiner als Kunstfaserschlafsäcke. Oder anders formuliert, bei gleicher Größe und gleichem Gewicht bekommt man bei Daunen einen wärmeren Schlafsack als bei Kunstfaser. Kunstfaserschlafsäcke haben aber nicht nur Nachteile. Keineswegs. Der Kunstfaserschlafsack hat unter einigen Umständen nämlich die Nase vorn. Zum einen bei der Isolation. Daune ist feuchtigkeitsempfindlich und verliert die Isolationsfähigkeit sofort, wenn sie nass ist. Kunstfaser ist hier im Vorteil, da sie auch bei Feuchtigkeit die Isolation teilweise beibehalten kann. Außerdem trocknet die Kunstfaser und damit der komplette Schlafsack deutlich schneller und leichter. Zudem ist Kunstfaser insgesamt unempfindlicher, was Pflege und Haltbarkeit angeht. Und der ganz ganz große Vorteil, Kunstfaserschlafsäcke sind eine ganze Stange billiger als Daunenschlafsäcke mit gleicher Wärmeisolierung. Gerade in den sehr niedrigen Temperaturbereichen macht sich das deutlich bemerkbar. Heißt also, man erkauft sich mit mehr Geld, weniger Gewicht, deutlich geringeres Packmaß und eine solide Wärmeleistung, muss aber eben auf den Schlafsack auch Acht geben. Ob es das wert ist, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Für das Camping und Bergtouren, wo es eigentlich nicht wirklich auf Ultralight ankommt, ist ein Kunstfaserschlafsack in der Regel ausreichend, solange er die Temperaturwerte erfüllt, die es letztlich braucht. Man spart damit Geld und hat eine robuste Wahl getroffen. Richtig kalte Temperaturen jenseits der minus 10 Grad sind mit Kunstfaserschlafsäcken aber nur noch sehr mühselig zu erreichen. Das Packmaß und Gewicht ist schon signifikant schlechter als bei Daunenschlafsäcken, sodass hier die Wahl auf den Daunenschlafsack fallen sollte. Zu guter Letzt noch ein Tipp zur Auswahl. Habt ihr einen Schlafsack für euch gefunden, achtet immer auf die Länge des Schlafsacks. In der Regel bekommt ihr die Wahl zwischen Regular, also Standardlänge und Long. Die Länge ist hier gar nicht unwichtig, denn ist der Schlafsack zu klein, passt man nicht rein oder presst zu stark gegen die Außenwände des Schlafsacks, was Isolationsverlust bedeuten würde. Ist er zu groß, gibt es innerhalb des Schlafsacks zu große leere Lufträume, die erst noch erwärmt werden müssen, um zu isolieren. Ein gesundes, passendes Mittelding sollte es also sein. Normalerweise ist man gut beraten, wenn der Schlafsack etwa 30 bis 40 cm länger ist, als der eigene Körper groß ist. Grund dafür ist, dass die Füße nachts meist ebenfalls ausgestreckt werden und die Kapuze über den Kopf noch drüber muss. Wer es dann ganz gemütlich haben möchte, kann sich nachts die Kleidung für den nächsten Tag oder andere Wechselwäsche unten zu den Füßen packen. Dadurch habt ihr Lufträume gefüllt, eine kleine zusätzliche Isolation und vor allem am nächsten Tag warme Wäsche. Wir fassen es also nochmal zusammen. Schlafsäcke gibt es in Komforttemperatur, dem Grenzwert für die Norm Frau, Limittemperatur, dem Grenzwert für den Norm Mann und Extremtemperatur, den Grenzwert fürs Überleben. Als absolute Untergrenze sollte immer der entsprechende Komfortwert gelten. Daune ist sensibler, aber pro 100 Gramm Schlafsackgewicht in der Regel effizienter und damit auch im Packmaß besser. Kunstfaser ist deutlich günstiger, aber im Packmaß schlechter, dafür jedoch robuster. Der Schlafsack sollte neben der Temperatur auch der Größe entsprechend eingekauft werden. Und zu guter Letzt ein Beispiel von mir selbst. Ich persönlich bin relativ schlank, rund 1,80 groß, wiege 66 Kilogramm. Das führt dazu, dass ich deutlich leichter friere als andere Menschen. Deshalb ist die Komforttemperatur, obwohl ich ein Mann bin, die absolute Untergrenze für mich und ich muss eben leider immer die schwereren oder klobigeren Schlafsäcke herumschleppen. Schlimm ist das für mich nicht, ich kenne es ja nicht anders, aber eben teurer und mit größeren Rucksäcken verbunden. So und wenn ihr schon einen Schlafsack habt, dann schreibt mir jetzt in die Kommentare, welchen Schlafsack ihr habt und vergesst nicht danach noch den Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer bis zum nächsten Mal eine wunderschöne Zeit und Berghall!